Ich habe das Game geschlossen, Freunde. PG-12. Ja! Oh mein Gott, wir kriegen einen Sofa ins Mischblumen. Vielen Dank. Es ist ein Sofa ins Mischblumen. Wir arbeiten hier bei einem kleinen Verzweckchen. Wir sind jetzt über 2020, November 2. Kommen Sie bei den neuen Corona-wechern. Es ist zum nächsten Mal, weil wir nicht ausgeflogen werden. Es gibt immer noch die Aufeinheit von Schwerken. Wir haben immer noch die Aufeinheit von Schwerken. Es ist nicht zu sein. Das ist ein bisschen nicht möglich. Ich habe auch die Team mit Telefonnummer gearbeitet. Ich habe auch die Arbeit in der Wohnung. Ich habe heute noch einen neuen Faktor gemacht. Ich habe immer noch einen neuen Film gemacht. Aber ich habe keine Stadion in den Stadion. Ich habe auch gedacht, dass ich mich nicht nur in der Zeit habe. oder nur 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 ein Film oder ein Film. Ich habe mir einen schönen Film von Nintendo. Ich habe mir hier einen schönen Film. Ich habe mir alles verstanden. Das heißt, hier ist mein Leben. Ich habe mir hier einen Film. Ich habe mir hier einen Film von Nintendo. Ich habe mir einen Film von Nintendo. Ich habe mir das erste Mal gesehen. Wow, das ist ein Gamer. Okay. Okay. Sakurai World Tour. Yo. Was ich gesagt, Arms? Das ist ein Gamer. Mein Gott, Fortnite. Nein, das ist ein Gamer. Ja, ich weiß, dass die Arms-Norms-Norms-Norms-Norms-Norms sind. An der Arms-Norms-Norms-Norms sind an sich, die Arms-Norms-Norms-Norms-Norms-Norms-Norms-Norms. Guck mal, Kredento, da bist du. Und Arm Up Fresh. Okay, wird schon mal nichts Dings sein. Spring Man. Oder doch? Nein. Verdammt. Also doch? Nein. Wenn du da? Also doch? Wem, du? Nein. Wem, du? Nein. Wem, du? Nein. Wem, du? Nein. Ich schwör's dir, ist ja voll irgendwie an... Oh, Twin Tail, habt ihr gesehen? Ja, Minden. Ja. Es war, der Leak ist real. Das bedeutet, an die anderen Charaktere sind auch alle real. Ja, es ist Min Min. Das bedeutet, die Leaks sind real und wir wissen alle Charaktere, die jetzt reinkommen. Ja, es ist real. Ja, es ist real. Ja, jetzt wissen wir's. Wenn du jetzt ein bisschen nachforscht, bist du genau welche Charaktere in Smash kommen. Oha. Konter. Oh, die Reichsweite wird so eklig werden. Was ist das? Was ist das? Was ist das? War das halt auch ManCrab? Das werden wir gleich sehen. Das ging grad zu schnell. Aber jetzt ist dahinten Captain Falcon Gloom. Mein Mark, stimmt. Mark war das gerade. Er war ja schon klar, ne? Ja, Min Min, was war klar. Der League ist real. So ist es mit ARMS-Fighter, Mien Mien, der参戦 ist. Schade, es ist mit Min Min. Er ist mit der 18-jährigen Mann, der Mänten-Han-Shok-Dou-Kan-Ban-Musse. Warum ist ARMS-Fighter-Fighter-Mien-Mien-Mien-Mien-Mien-Mien-Mien-Mien-Mien-Mien-Mien-Mien-Mien-Mien. Oh, Ninja-Mien-Mien-Mien-Mien-Mien-Mien-Mien. Inmaker-Mien-Mien-Meien. Das pick Exщеter geworden, meine Meinung-Mien. Oh, Caroline. Okay, L Freddy. Das ist sehr schwierig, dass die Arms in die Summa-Brasse sehr schwierig ist. Und das ist eine sehr veränderungsschrechte Spieler. Außer immer nicht in Kaps hier. Das bedeutet, dass die Arms in die Summa-Brasse sehr gut ist, aber die Arms in die Summa-Brasse sehr gut sind. Leichtgewicht und Luftkampf. Das bedeutet, Pikachu ist absolut im Vordergrund. Also er hat es sehr gut gemacht. Also er hat er... Ui. Das ist das MEN-MEN. Die Arms in die Summa-Brasse sind in der Summa-Brasse. Und die Arms in die Summa-Brasse sind. Und die Arms in die Summa-Brasse sind in der Summa-Brasse sind in der Summa-Brasse. Alter! Normaler Schlag! Ich glaube, das wäre schon eine Reichweite, das schon. Und die Summa-Brasse sind in der Summa-Brasse. Das ist ein bisschen zu tun. Alter, ist das heftig, ey! Und die Summa-Brasse sind in der Summa-Brasse sind in der Summa-Brasse. Was? Mit Bewegung? Und die Summa-Brasse sind in der Summa-Brasse sind in der Summa-Brasse. Ich schwörs, der kann mich nicht mehr richtig Spacen auf Distanz halten. Was ist das denn? In der Welt gibt es einen Smash-Angriff in der Luftverwendung. Das ist ein Smash-Angriff, das ist ein normales Angriff. Das ist ein bisschen langsamer Gewicht. Und man kann den Aufschiff und den Aufschiffen machen. Ja okay, das war ja schon gedacht, man kann das leicht neigen. Man kann das leicht neigen. Man kann den Aufschiffen auf der Erde stellen. So kann man den Fyter mit einem großen Vorteil sein. Und das ist ein bisschen ein B-Botan. Das ist 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 ein B-Botan. Die Waffe werden nicht mehr aufgerissen. Es ist ein B-Botan. Aber das ist noch nicht mehr als es ist, sondern derzeit kann das mit einem Blitzsch decoration machen. Das ist die Möglichkeit. Das ist die Möglichkeit. Hier Cup von der Kugel. Aber die Kugel sind vom A-B-Botan. Es wird eine Menge。 Es wird den Kugel zu machen. Ich kann mich nicht aufdrehen. Ich kann mich aufdrehen. Aber ich bin ein Klack, das ist dann auch gut. Es gibt auch andere Dinge, aber es ist auch sehr schwer. Zum Beispiel kann es sehr einfach verabschiedet werden. Es hat keine doppelte Hitbox, das bedeutet, wenn das Rückkampf nicht getroffen ist, das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig, Leute. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Das ist ein richtig schwer, ob das Lass der Schlagung der Schlagung der Schlagung vorhin ist. Es gibt auch ein sehr wichtiges Schicksal. Die Flaschenschlagung und die Flaschenschlagung sind in die Armwärmung. Aber es gibt auch die Flaschenschlagung als das Flaschenschlagung. Es ist ein bisschen ähnlicher, aber es gibt auch die Flaschenschlagung für Armwärmung. Und B ist alles so armwechsel. Wer hat das gemacht gesagt? Ich glaube... Ja, ja, das ist okay. Ja, ja. Ich glaube... So wie ich das mache. Ich glaube... Ich glaube, es ist ein kleiner Teil. Ich glaube, es ist ein kleiner Teil. Ich denke, es ist ein kleiner Teil. Das ist eine große Teil. Ich denke, ich bin mir sicher. Geh! Alter, übelter H-Guard, ey. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr hoher. Es ist ein sehr, sehr, sehr schwer. Und ich fühle mich viel zu viel. Ich glaube, ich fühle mich sehr sehr gut. Das ist ein Megabot. Oh mein Gott. Dann gehen wir. Ich glaube, ich habe einen guten Job. Ja, das war es so gut. Ja, das war es so gut. Ja, das ist noch mehr range. Leute! Das ist ja so. Und noch eine andere 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 Dinge. Ich habe gedacht, dass es nicht so schwer ist, aber du hast du zwei Finger oder die Finger zu bewegen. Du hast es auch noch dieses Stück. Und du hast du das? Du hast du das? Du hast du das? Du hast du das? Du hast du was auf die Finger zu sehen. Es ist ein Arm, wie du die Finger zu bewegen. Du bist im Team mit dem Kopf. Du hast du das? Du hast du das? Du hast du das? Der Drachen ist für den anderen Also, die drei Arten werden automatisch verwendet werden. Zum Beispiel ist das eine eine Dramatische Neutral-Air. Und das ist eine 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 Hotlinge. Das ist ein sehr guter Megabolt. Das ist eine sehr, sehr gute Art. Das ist eine Art von A-Botan, so können Sie einen Anwärter mit den B-Botan. Aber das ist eine Art von den ersten Aufbau der B-Botan. Ah, alles klar. Wie ist das? Deswegen auch Min-Min-Min-Min-Nag kann. Ja, aber sehr langsam. Das ist einfach der Kugel. Aber sehr langsam. Das ist einfach der Kugel. Voll heftig. Oh, Cloudless Crews mal wieder. Oh, Cloudless Crews mal wieder. Aieieiei. Daunsmash kommt schnell raus, aber sehr viel Ende weg. Sollt dein Link nicht gefallen. Das werden wir sehen. Das wird dann noch etwas Kieße, die die Taktion zu lassen. Und dann kann man das ganz schnell ausbrechen. Auch viel Ende weg. Und dann ist die Idee. Und dann ist das eine Schmerzen. Die Kieße ist die Kieße. Das 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 ist die Kieße. Ja, 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 okay. Okay, das ist das, wir sind bei Lett. Okay. Okay, wir sind bei Lett. Wir sind einige Alters in der cooking. Wir haben gleich etwas in der Zeit. Wir sind bei Lett. Wir sind an der Liste. Wir sind in der Liste. Wir sind ein Walsyspunsch. Ich bin bei Lett. Wir sind ein Walsyspunsch. Ich glaube, wir haben ja so weit alles gesehen. No stage, spring station. Das ist ja, was soll ich sagen? Ich spiele immer noch Kompetitiv, also... Aber ich finde, ich finde sie so an sich schick und cool, aber... Oh, okay. Das ist auch interessant. Ich bin nicht nur auf dem Wissen, aber... vor allem, wenn ich mich so an, wenn ich mich so an, umgemie zu lösen, dann kann ich es euch zum Beispiel. Ich finde das Ziel. Und wenn ich mich so an und ich mich auf mich aufstehen, dann kann ich mich an, wenn ich mich so anfänger, dass ich mich so anwählen- und ich mich so anwählen. Ich mache mich anwählen, was ich nicht zu tun? Ich muss mich anwählen, also einen Wissen. Na ja, die Themen haben wir nicht getrunken. Die Theorie kommen wir zum Praxis. Alles klar. Mit dem Test, das macht er immer. Min-Min ist ganz wichtig, Leute, ihr müsst Min-Min richtig unter Druck setzen. Richtig offensichtlich gehen bei Min-Min. Wenn ich auf die Megavolt einsehe, dann geht's. Oh, ein Dragon-Lazer. Ich bin der Entwickler, aber er ist nicht gut. Ist das nicht? Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Jetzt gehen wir mit Double Dragon. Ich bin der Weg. Das ist ja auch ein Spike? Ich weiß nicht. Ich bin der Weg. 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 Oh, ja, ich habe das ipad! Na, die Musik kommt doch mal. Okay, jetzt geht's. Ich glaube, ich habe das noch gewonnen, aber ich glaube, ich habe das schon gewonnen. Ich glaube, ich habe das noch gewonnen. Ich glaube, ich habe meine Ecken hier. Ich glaube, ich habe das noch mal versucht. Ich weiß nicht, ich habe das noch mal versucht. Aber ich glaube, das muss ich auch sagen. Also wirklich extrem. Hast du gesehen? Kirby ist sehr klein. Mal. Mal. Ja lol. Min Min könnte so ein Spam-Charakter sein. Min Min könnte so ein Spam-Charakter sein, wenn man ihn online spielt, dass man die ganze Zeit eigentlich dafür spammt und dann, dass man dann richtig darüber aufregen kann. Ja, というわけで無事に勝てました. Das ist der nächste Mississz. Oh, ich bin ermerktorin. Was ist der Kompetenz? Das ist die Dach? Die Dach? Der Masch? Das ist die Säcke. Das ist die Säcke. Das ist die Kompetenz? Die Säcke. Dies und die Säcke. Das ist die Säcke. Erstens die ganze 18,7 Wer für die Künstler-Kartier-Sachsäkler und die geniebzellen Ratssäkler-Sachsäkler und die Auslösung des künstleren Künstler-Kartier-Kartier-Kartier-Kartier-Kartier Kein Wiener Ratssäkler-Kartier-Kartier-Kartier-Kartier-Kartier Wow, Leute! Jetzt geht es um die Mii-Fighter-Kostüme. Wir warten sowieso schon so lange und müssen jetzt noch bis zum 30. warten. Was ist der 30.? Nächste Woche? Ende nächste Woche irgendwann, acht Tage. Tecken! Alter, der Leak ist absolut real. Das wurde auch vorher gesagt. Wart du nochmal? LOL! Ja, die sehen echt kacke aus. Nee! Geil! Nee! Fallout? Ernsthaft? Geil! Das glaube ich ja wohl nicht. Fallout? Das Mii-Kostüm werde ich mir holen. Geil! Ah, der 30. Das ist gut. Das ist gut. Der kam ist Kup-Head. Das war ein Räger. Aber wenn ich mich für die Kup-Head-Mensche verbringe, dass ich das Kup-Head-Mensche habe, dann kann ich das Kup-Head-Mensche gewinnen. Das kann ich mir nicht mehr, so wenn ich mich für die Kup-Head-Mensche habe, dann kann ich mich für die Kup-Head-Mensche auch für die Kup-Head-Mensche Dann kann ich mir das Kup-Head-Mensche kommen. Geist, Geist der Kampffin. Das ist aber, die wir hier in dennoch haben, wieder die Schlechung der Schlechung schlussballer. Hier wird er von Spiritsch hängt, die sich richtig auswählen. Und wir gucken, dass wir hier in den Schlechung laufen. Hier wird er noch, wenn wir noch die Schlechung des Schlechung des Schlechung gelten. Das ist immer noch, wie das Schlechung des Schlechung des Schlechung ist. Okay. Und das ist der Kampfer? Das ist der Kampfer. Das ist der Kampfer. Das ist der Kampfer sehr, sehr gross. Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, das war echt. Ernsthaft. Krass. Also ich weiß, dass diese Aufgabe sehr schwer war. Wow. Geister machen Spaß. Marc, Marc, Marc ist in meinem Pfad. Ja, Mann. Wow. Wow. Marc ist erstarrt. Marc hat es geregelt. Warte! Lol. Ja, ok. Wir machen es. Dum. Dum. Ich habe ein paar Puzzle. Ich habe ein paar Puzzle. Amiibo Der Fall der erste Mal die Käfig ist, der größte Leibler Nyebren nach dem Spiel der Schleifen, der Ingenheit der Schleifen wird und der Schleifen, die Nachschleifen und die Pflanzung ausgeliehen sind. Das ist für die Schleifen von SMABRA4 an Districten, da sind auch noch die Säle psychische Däußische Däse. Im Grunde genommen ist es ja schwer, aber es tut mir alles aufgesucht. Hier ist eine Frage, was du jetzt. Oh mein Gott, die geil aus, die hole ich mir! Geil! Ja, das ist gut. Ah, schön geil. Ja, das ist gut. Das ist gut. Okay. Vorher haben Sie noch eine Nachspannende Kappe Ton-Pfleisch-Falcr. Das war Sie im Zusammenhang mit 먹는哪eren Kapp. Falc. Wer hat die Hauptmann mitreんな Geskeln zwischen Japan auf dem Kapp. Falc. Diese tomarme auf Hori Kaua-Liou. Hori Kaua-Liou war ein ziemlich für die Hori Kaua-Liou. Eine Nachricht von Kapp. Falc. über die Sprung von Kapp. Falc. Ich habe nur ein paar Minuten Possülter zusammengegriffen. Ich kann das so einfach in die Zusammenarbeit über die Fermeilfragen anketten. Ich habe noch viel zu diesen Reifern. Ich habe auch einen von Kappt. Falcon. Ich habe meine hier eine Sache mit dem Kappt. Falcon, was ich den Kopf ausstehmbass versucht. Ich habe dann einen von Kappt. Falcon als in den nächsten 4. Ich hab den Kopf gesagt, warum er der Kappt. Falcon hatte keinen Wort. Das ist Band 6.4 Box. Das ist Band 6.4 Box. Statt mit meinem Kino. Das ist ein bisschen besser geworden. Ja! Also, wenn man auch nicht mehr rauskommt, dann muss man sich in der Familie ein wenig zu machen. Also, wir müssen alle zusammenarbeiten. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Ja, gut, also ich hätte schon erwartet, dass wir jetzt wenigstens zocken können, das finde ich schon ein bisschen, also ich will mich nicht beschweren oder so, aber wir haben jetzt so lange darauf gewartet und ich hätte jetzt eigentlich schon gedacht, dass wir jetzt schon spielen können. Jetzt können wir jetzt erst am 30. spielen, das bedeutet nächste Woche Dienstag, also ich hätte eigentlich mit dieser Woche noch gerechnet, aber ja, nächste Woche Dienstag dann. Ja, gut, also. Ja, gut, also.